So, dann kanns ja weitergehen. Unsere Truppen haben hier schon Aufstellung an der... was ist das hier? Dann haben Burghauer schon Grenze genommen. Burghauer werde ich dann auch, sobald es möglich ist, ein Kasschen... ...neuer mehr stellen. Vielleicht ja nicht viel über. Ja. So. Angriffslinie hier hin und... ...schnell wie möglich da hin. Die sollen hier erst nochmal defensive Aufgaben machen. Okay. Sobald er krieg los ist, werde ich mich auch erstmal vor Invasion der Italiener schützen. Weiter gehts. Diplomatie... ...geht noch nicht. Ich bin auch demokratisch. Sobald ich meine Politik ändern kann, werde ich wohl Richtung Kommunismus gehen. Sonst überrennen mich denn... ...die Russen. So, das haben wir. Forschung läuft auch soweit. Eventuell sollte ich ein paar... ...Fabriken umbauen. ...Militärfabrik... ...die können wir eigentlich auch nochmal eine bauen. Kann man hier... ...nein... 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 ...irgendwo ein paar um... ...ah... ...ah... ...ich habe ein arges... ...wir haben immer noch dieses... ...Argument-Powerproblem... ...das kann ich nur lösen, indem wir kommunistisch werden... ...oder... ...faschistisch... ...weil nämlich... Umfangreich geht nur mit Faschistisch oder Kommunistisch. Und sobald ich dann Faschistisch werde, werden wir definitiv die Russen den Krieg erklären. Und da überrennen wir uns dann. Da werde ich mich wahrscheinlich den Russen zuwenden müssen. Wie ich will oder nicht. Wird auch was ausgebildet. Jawohl. Langsam aber sicher. Was machen die Türken? Gar nicht. Hier oben passiert auch noch nichts. Stärke. Ansteiger. Das weiß ich jetzt ja. Ja. Nachher habe ich auch keine. Keine. Ist ein bisschen langweilig zuzugucken aber was wir machen. Ein bisschen schnell. Ganz ruhig schnell. Die mal ein bisschen. Ran geht. So. Kann ich jetzt schon meine Regierung umbauen? Regierung. Da schickt das doch ihr mit dabei. Ne. Brauche ich noch ein bisschen. 150. Doch noch einen Moment. Moment. Ja. Spanien ist ja für Krieg ausgeboren. Für uns eigentlich relativ uninteressant. Aufrüstung. Eine Militärfabrik. Sehr schön. Sehr. Das kann ich. Aufrüstung. Große Marine wäre wohl ein bisschen sinnlos. Ja. Hm. Schwierig. Ich brauche noch eine Sch... Ja. Auf jeden Fall brauchen wir Militärfabriken. Also weiter geht's. Nicht genug Plätze. Zentralmazedonien. Gut. Was liegt das? Was müsste hier sein? Was müsste dann? Ja. Wollen wir im Grunde eine Plätt machen. Naja. Ähhahaha. Und. Und wir müssen erstmal Ausrüstung ohne Ende herstellen. Jetzt gehen wir auch weiter. Was machen die denn so? Ey, war ich ein Griff von mir aus, das ist nicht wahr. Nee. Ich glaube, hier würde ich besser mit beraten. Ich brauche definitiv noch auf Flugzeuge. Ich versuche es selbwegs alle so ein bisschen, den Kriegseintritt hinzubiegen. Und dann, ja, die Rungen dann. Faschistisch-Kommunistisch. Wir nehmen ihn hier. Öffentlich-Inländisch. Hä? Wir nehmen mal das hier. Wir sehen, was passiert. Was ist hier aus? Gut. 33 Tage noch, dann haben wir den ersten Panzer. Vielleicht sollten wir noch ein paar Fabriken umbauen. Dann auch noch mal... Ne? Oder nicht? Oder nicht mehr, wa? Warte umgebaut. Und... Mit einem Text. Vor allem Militärfabriken. Um Gottes Willen. Was fehlt uns denn? Nicht genügend Ressourcen. Überschuss, Überschuss. Benötigt. Nicht genügend Stahl. Mal sehen. Wir haben uns ein bisschen was von den Russen. Eieieieiei. Eieieieiei. Wie läuft's eigentlich so in Spanien? Moment. Tice. Was? Ich muss erstmal hier einen leichten Panzer. Ich möchte Truppen durch unser Gebiet bewegen. Wieso Destin? Wollen die hin... Äh... Ich seh ja wohl nicht den Sinn da drinnen. Nö. Ist nicht. Freund Nase. Warum auch? Wollen wir weiter. So. Geht's hier langsam? Ne, Diplomatie wollte ich ja nicht haben. Ne, ist okay. Forschung. Ich komme auch langsam wieder vorwärts. Langsam stellen wir wieder Truppen auf. So. Vielleicht möchte ich auch noch Albanien erobern. Kann man eigentlich... Kann ich ihm die hier zuweisen? Ja. Kann ich dann auch noch mit zweiten Grenzen? Mal langsam, langsamer. Mal langsam, langsamer. Mal langsam, langsamer. Ja, die haben das Rachen... Deutschland als Rheinland wieder besetzt. Jawoll. Wir sind mit unseren Aufrüstungsbemühungen fertig. Mhm. Guuuut. Kannst ja hier weiter gehen. Militärfabrik. Und wo sei die jetzt? Epirus. Wenn es fertig ist, machen wir erstmal... Epirus war doch hier. Jawoll. Ist auch genügend Platz. Hä? Muss ich nicht verstehen. Egal. Mal. Wir machen das mal weiter hier. Wir machen das mal weiter hier. Ja. Oh mein. Weitere Divisionen? Ah. Jo. Mach mal. Mal sehen was passiert. Jawoll. Sooooh. Und wie so weit? Mal weiterlaufen lassen. Etwas langsamer. Ah, ich darf nicht vergessen, auch noch... Oh, ja, wieder. Erstmal den Binder ab. Eieieiei. Das dauert noch. Dass wir das Minus ausgeglichen haben. Dass wir den Gesamtbedarf befriedigt haben. Und noch ein bisschen dauern. So. Jawoll. Jawoll. So, wie es dann weitergeht, dann im nächsten Part. Für Tipps und Anregungen bin ich immer dankbar. Also schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020